wir sind jetzt leider auch schon an der letzte station unseres kleinen rundgangs angelangt ich hoffe natürlich ihr habt genauso ein glück mit eurer einteilung wie wir jetzt heute abend direkt zum sonnenuntergang hier oben zu sitzen genau ihr seid jetzt an der kapelle rechts hoch die die noch den weg weiter gelaufen sind stehen jetzt an die gleiche stelle ansonsten seit jetzt einfach ein weg unterhalb von uns jetzt und mit fast gleicher aussicht aber hier vb ist halt doch noch mal ein bisschen schöner einfach mit dem weitblick wenn wir hier jetzt stehen man hat wirklich so der weitblick komplett über die reihen ebene massiv bis la massiv runter bis ab war ja auf die andere richtung und das ist auch so dass also viele fragen uns immer nehmen wir eigentlich überhaupt noch war wo er den ganzen tag arbeitet also das ist schon uns bewusst wir waren jetzt vorhin über direkt kapelle hoch und dann rechts ab entweder ist man direkt zwischen uns so beide scheurebe stücke durchklaufen oder unterhalb und die scheurebe eben hier schön am westhang vom schwarzwald mit direkter sicht richtung rheintal und dann notgedrungen beim arbeitende rebe sieht man einfach immer die ganze zeit richtung richtung straßburg straßburger münster ist eigentlich immer präsent und das ist schon auch so wo wir sagen wir sind wahnsinnig froh hier in der gegend unser weingut zu habe die abwechslung also wir haben jetzt nicht wahnsinnige rebe meere wo man nichts anderes sieht sondern einfach diese einteilung hier in der vorbergzone vom schwarzwald das geht der wald relativ weit runter dann kommen rebe dann kommen am besten noch bäume und dann kommt die stadt genauso ein bisschen zu unserer landschaft und jetzt noch die scheurebe war lange zeit einer meiner lieblingsweine wenn man hier in die scheurebe spätlese also spätlese schreiben wir jetzt auch nicht irgendwie noch lieblich oder sonst was dazu weil für unsere spätlese eigentlich immer mit einer gewissen süßen verbunden und es bringt einfach auch die frucht die man von der spätlese erwartet scheurebe ist allgemein bouquet rebsorte und wenn man da so rein riecht ich finde es immer ganz schwierig also ich sage meistens einfach nur es riecht nach obstsalat also es riecht wirklich so nach einem exotische obstsalat mal zu leicht diese rosine früchte mit drin dann kommt aber auch so was mango leichte mandarine mit raus also es ist wahnsinnig schwer wirklich zwei drei früchte zu definieren weil sie diese vielschichtigkeit durchkommt und dann im geschmack war die deutlich schmeckbare süße aber uns ist wichtig gerade bei der scheurebe auch immer ein bisschen eine säure dagegen zu stellen also säure süße sind immer so gegenspieler und dadurch kommt einem der wein jetzt nicht mit babbig nicht extrem süß vor sondern es ist einfach immer noch ein wahnsinnig schön trinkbarer wein also viele verschreien die scheureb auch kürztraminer so ein bisschen als die als die einsteiger wein das sind die die kinderweine fürs weinfest aber ich finde absolut zu unrecht wenn man schönes früchte desser hat oder auch wenn der wein schön kalt ist kann man den auch einfach an einem sommerabend wahnsinnig gut trinken und das ist auch so dass wo ich sag ich als kellermeister habe das anliege die drei brüderweine werden wir jetzt alles drei brüderweine probiert auf dem kleinen rundgang die sind auch so gemacht dass die egal zu welchem anlass immer eine flasche kann eigentlich jeder davon trinken wenn es mal sein soll einfach so diese diese trinkfähigkeit diese balance zwischen süße säure tannine beim rotwein soll da einfach gegeben sein wer es dann wirklich ein bisschen extravaganer war der hat dann die kollektion 112 unsere premium linie in anlehnung auf unseren uropa der den weinbau hier in fesselbach in unserer familie begründet hat und ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen wie genießt die zeit hier oben ihr könnt jetzt direkt rechts runterlaufen fesselbach runter der weinspaziergang ist ausgeschildert dass ihr noch einmal über die grenze zwischen fesselbach und orteberg auf dem hügel hinter runter laufe und kommen dann direkt wieder bei unserem weingut aus müsst ihr selber für euch entscheiden und falls euch die weine gefallen habe würde man uns freuen über das feedback beziehungsweise wenn auch irgendwie eure meinung ist wir brauchen noch mehrere stationen sagt uns einfach dann gibt es vielleicht auch noch kleiner zusatz zu dem rucksack in zukunft also auf den schönen abend zum wohl morgens ja ja